Musik Schön aus, als wenn es Tschernobyl hier wär Musik Okay, das geht Wow Man kriegt ja hier Angst, ganz ehrlich. Die Musik. Die Musik gefällt mir eigentlich gar nicht. Witzig. Oh. Oh. Haha. Aha. Vielleicht. Ich bin blind, ich weiß. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind, ich bin blind. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Okay Okay Willkommen meine Herren, euer Pachos Sainz Das roten Kriegshelten Olympiasieger Wir wollen nur die ersten Montagos dagegen Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja Ha, ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle Ich bin Kate Johnson Mir gehört die Firma Die nette Stille von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin Sie hat eure Honorat bereits an eine gemeinsame Organisation eurer Wahl überwiesen Stimmt doch, Carolyn Ja, Sir, Mr. Johnson Sie ist das Rückgang dieser Firma Und wird schon sein, aber leider wird schon vergeben Sie gehört der Wissenschaft So, still So, still Ähm, äh, äh Irgendwie muss man da hoch Das habe ich doch entdeckt Und dann müssen wir hier rauf Und, äh, dann Auf das Rohr Okay Und dann Äh 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 Wie soll ich da hin? Hm Wie soll ich da hin? Hm Ich soll da runterspringen Okay Kann man den Lift aktivieren? Okay 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 Ich bin Jäger Ja Jäger Ich bin Ich bin Ja Schalten muss ich da rüber. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Okay. Na toll, jetzt flieg ich hier so rum. Ich krieg mal eine Krise. 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 Jetzt flieg ich so. Ich krieg mal eine Krise. Scheiße! Ich krieg mal eine Krise. 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 Ah. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hätte ich eine Lösung. Wir fragen uns, ob ich... So, wir müssen jetzt hier ganz hinter... Mal gucken, wir müssen rechts so landen. Dann müssen wir hier hinspringen. Und dann müssen wir da... Am besten ist es natürlich da. Und am Ende. So. Und dann... Gott, ist das verdammt kacke. Portal. Jetzt sind wir wieder hier oben. Wir müssen an diese doofe Tür. So, mittig. Dann springen. Portal da. Portal. Ach, guck mal. Da hinten. So, jetzt hat die Kacke auch funktioniert. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. So. Mal gucken, dass ich da rübergucke. Nein, das funktioniert auch nicht. Das bedeutet, wenn hier Licht ist, dann ist das da auch vielleicht. Oder so. Ja, ich muss auf dieses Ding, also. Ja, aber das ist jetzt egal, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, das machen wir in den nächsten Aufnahmen, wenn ich fertig bin. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.